. Und das ist so einfach. Kommt durch, Dunst! 1-0 Frankfurt! 15. Minute! Keine Chance für Manon Klett, der hat gepasst. . Eben und Deka let loose a thunder ball of a shot that crashed into the corner. . 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 , . Versuch von hinten, Tor! Ben-Nitra Fischer steht da vorne! Kommt zum Schluss der Kiefer! Langt der Ball bei ihm! Jaaa! Mouhani alleine vom Tor Mouhani! Jaaa! Yes! 1 zu 0! Rondal Kolomouhani! Aber wir müssen die Vorarbeit loben! Absolut geil! Götze Magic! cade lockt! Natsyo Haka Tonto oh! Das ist ein Schlenzer, den kannst du nicht besser treten. Kann man mal so machen, Fares, Schaby. Diagonaler Ball Richtung Buta, der ist gut gezogen zur Buta. Schieß aber drauf! Was für ein Tor von Aurelio Buta! Wahnsinn! Wow, 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 wow. Also den musst du von da mal reinknallen. Das war ein Wahnsinnstor gerade. Also alleine dieses Tor war das Eintrittsgeld wert. Allesokay! Ausannonce Vielen Dank.